Ein Frauenschicksal So wie der König auf der Jagd ein Glas ergreift Daraus zu trinken Irgendeines Und wie hernach der welcher es besaß Es fortstellt und verwahrt als wär es keines So hob vielleicht das Schicksal Durst ich auch Bisweilen eine an den Mund und trank Die dann ein kleines Leben Viel zu bang sie zu zerbrechen Abseits vom Gebrauch hinstellte In die ängstliche Vitrine In welcher seine Kostbarkeiten sind Oder die Dinge die für kostbar gelten Da stand sie Fremd wie eine Fortgeliene Und wurde einfach alt Und wurde blind Und war nicht kostbar Und war niemals selten So wie ein paar Minuten Und war nicht kostbar gelten Und war nicht kostbar gelten Und war nicht kostbar gelten Dann war nicht kostbar gelten Untertitelung des ZDF, 2020